Sag mal, hat's heute Nacht geregnet? Sieh ich so aus, du Drecksack! Gereizt! Der neue Film von Jacques Bubu. Nächste alte Stelle, Mönchhofstraße. Fressende Volle! Gereizt! Ja, Herr Schmidt, nichts Ernstes. Nur eine leichte Erkältung. Was? Und dafür sitzt hier drei Stunden rum! Gereizt! So, jetzt haben wir zwei Eier drin, Zucker, Mehl und was kommt jetzt? Das geht nicht jetzt scheißtrinkern! Gereizt! Morgen, Schatzi! Gereizt! Der neue Film von Jacques Bubu. Mit Sabine Lamaire, Peter Platin, Jim Rickney und zum allerersten Mal Richard Vögler. Fuglein, du Arschloch! Beder checkrufen! S&U Es in deronzcoche Na, da Desde Déкуhack! Na!